Schönen guten Tag. Wir wollen euch heute Ihnen und Ihnen-Ihrinnen was zeigen. Und zwar gibt es verschiedene Hinterkulissen Einblicke, einmal in verschiedene Städte. Heute sind wir in Frankfurt und wir haben noch... Moment, ich höre gerade das Management. Ja, von Hamburg haben wir noch was uns dazwischen an. Zurück ins Studio. Was? Gib mir all die Tätten. Du hast eine U. Wir haben eine Fstest. Forkastung! Happy Birthday to you! Happy Birthday Imadeo! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Seid gespannt, was euch noch erwartet, denn die Tour ist noch lange nicht zu Ende. Und das Energielevel auch noch nicht von uns allen. Boah, ich hab schon gar keinen. Bitte schneidet es raus, ja? Hey, du kannst mal, du musst einfach aufbauen.